so ich zeige euch mal in dem T4 sind jetzt vier Räder drin und die sind alle über die Vorderräder befestigt das heißt der Ralf hat hier eine Konstruktion gemacht mit der statt an der Stelle der Narbe die Gabeln gehalten werden und so stehen die Räder alle vier stabil drinnen die Räder daneben die Vorderradräder daneben gestellt man hat im T4 für vier Räder mit vier Personen genügend Platz und kann dann immer noch auch das Gepäck mit reinnehmen ist doch eine klasse Sache vier im Häuser Freunde haben sich auf dem Weg nach Tächeln gemacht um vier Tage zusammen zu biken und eine gute Zeit zu verbringen dazu sind wir nach Trautenau gefahren und hatten viel Spaß aber seht selbst so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.